Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin's euer Daudinator und wir spielen eine weitere Folge Hellblade. Zenua Sacrifice. Jo, letztes Mal sind wir hier stehen geblieben. Wir müssen in die andere Welt wieder rüber. Dann das Türchen öffnen und dann... Hoffentlich haben wir die nächste Prüfung bestanden. Hoffe ich mal. Boah, irgendein Scheißdreck wird garantiert noch auf uns warten. Ähm... Können wir jetzt da rein? Open Gates, open Gates. Wir müssen in dem Fall die... die Bridge hier... äh... reparieren. Aber jetzt hören wir uns erstmal die Story hier an. In dieser Tür rumne. Ja. Nein. Passt schon wieder, главное. Ja. Wir bellen sich aber auch zum Wild. Aber ist es wichtig, dass wer denn der Heilige Seite Krön land sein detection ist? Oh, das ist eine Weppe stiles, geht.» Und gerne in den UnterTI prons dankbar nicht. Wenn du dir bald rumst... Nu nirght. Ich habe weder Film. Aber das Recht einfach Associー. Und Hearth legt den Mistel an Balder. Es schlägt durch ihn und für alle Schmerzen ist Balder getötet. Und für das wird Hearth geschlägt. Was ist die Geschichte? Jetzt müssen wir gucken, dass wir diese Treppe da wieder im richtigen Winkel reparieren. Da müssen wir... Da müssen wir auf der richtigen Seite stehen, irgendwie. Oh, da war's. So. Aha! Jetzt können wir die Treppe hochlarschen. Oh Gott, es ist schon so fucking spät, Mann. Und ich bin immer noch im Daddeln. Ich bin schon leicht müde. Sie ist pure darkness. Okay, was ist hier los? Was ist hier los? Die Nordrhein-Mann erzählen, wie die Geister verbrachten Balder. His body was to be burnt on his ship. But they could not manage to push it into the sea, and sent for a giantess to do it. Sie kommt, eine Wolf, und hat Vipers für ihre Reins. Sie schützt Baldr's ship in die Seele mit such force, dass die Grainne schützt und die Roller burst into flames. Wenn Baldr's wife sieht seine Körper auf der ship, sie hat Herz mit Gefühle, und sie stirbt. Sie ist neben ihr husband, und die Pyre ist lit, Sie senden die Todes in die Hölle. Aber sogar dann können die Gäste nicht ihre Todes akzeptieren. Sie sah Dinge, die niemand anderes konnte. Pattern, Formen, Bewegungen. Eine Intuition, die sie ein excepterlicher Krieger gemacht hat. Es gibt hier eine Tee-Rohne. Ah, da ist sie doch. Ein Zukunft. Zwei Realitäten. Sie schreien auf ihr Seel. Das ist einfach nur eine abartig kranke Reise, die wir hier jetzt gerade erleben. Da ist eine Brücke rüber. Sie schreien mit ihr. Es wäre nicht so. Das erste Mal. Er war der einzige, der die Kürze nicht gehalten hat. Er lief uns. Können wir gerade mal aufmachen hier. Oh, da geht's nach draußen. Aber wir müssen einmal rundherum. Oh. So. 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 Wir müssen erst auf die andere Seite. Ah, die Emron ist hier. Ach, wo denn wohl, hä? Die Rätsel sind echt am lustigsten. Muss man schon wirklich ein bisschen hirnen. Jetzt muss ich hier diese Brücke runter machen, dann wieder in die andere Welt rüber und dann kann ich die andere Rune triggern. Hm. Oh, das noch mehr. Oh, wenn die mal nicht so viel labern würden, Alter, leck mich am Arsch, dann könnt ihr mir der die Geschichte erzählen. Das macht Sinn, aber wirklich, die Gäste spielen mit dir. Das macht Sinn in deinem Geist, aber es macht Sinn für die Welt. Aber es macht nichts. Alter. Haltet doch mal die Fresse. Haltet doch die Fresse. Ach, geht mir auch. Das ist ein Bug. Eindeutig, ein Bug. Ah, das ist der erste Bug in dem Fall. Ja, das ist der erste Bug. Ja, das ist der erste Bug. Und er hat sich ein Bug in einem Wolf und er hat seinen Bruder entfernt. Die Gäste haben die Gäste benutzt die Lohkische Gäste für ihn zu schützen, und sie verletzten diese Böden in Iron, und sie verletzten eine Zerpente über seine Gesichter, damit seine Vennung auf ihn zerbrechen. Every time die Vennung zerbrechen auf der Gesichter, er in der Angst. Die Norden sagen, das ist die Grundlage der Erdbeeren. Eine Erinnerung vielleicht, dass wenn sogar die Gäste sterben müssen, dann so müssen wir. Das können wir dadurch und über die Brücke Oh nein, jetzt müssen wir wieder balancieren. Er zeigt mir, dass ich ihm folgen soll. Ja, ja, ja. Oh Gott, wenn ich... Oh, 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 oh. Ich muss das mit der... Äh, mit WAST musste ich das richtig steuern, sonst fliegt die runter. Alter. Alter, geht mir nicht auf den Sack. Dillion, Dillion, schließ mich in deine Arme. Oh Gott! Oh Gott! Grosser Scheiße. Dillion. Dillion. Ich fühle mich auf die Dinge, auf die Aufeaine據. Ja ich mit blah, auf deine Seiten hospitality nicht mehr. Aber niemand kann. Sa choisi mein Vater das marche Armen Gh taskoren, ist nicht die nächste Idee, die der Nacht darworte. The word dark to here means as little as the word light. So if someone is afraid of the dark, should we fix them by taking away their sight? But you give up the beautiful world. You and only you can see just to be rid of your nightmares. Or is this the place you pay for the gift you have? They're taking your memories to torture you. They're taking your memories. You disappear from one memory at a time. Every time you remember, it disappears. They're going to take everything. They're not yours anymore. They're going to take everything you have. The memories of ghosts. They belong to the gods to protect you from the ghosts. They want to kill you. They want to crush you. They want your body. They want your mind. They want your mind. And they're going to take it. The memories were yours, but they're the gods now. Nothing is yours anymore. What is that Geheims hinter Senua? Irgendwas is komisch an ihr. Die wurde von ihren... Ihr Vater hat ja schon gesagt, sie hat Dunkelheit in ihr. Oder es ist eine Dunkelheit in ihr. Was ist das Problem? Ist das eine Tochter von Loki oder sowas in der Richtung? Wir machen das letzte, das letzte... Die letzte Prüfung, bis wir das Schwert bekommen. Und dann gehen wir dann grad mal da rein, ne? Und dann sagen Sie, dass der Allfather, Odin, gave his Eye in exchange for a drink from Mimir's Well, the Well of Wisdom. In blindness there can be Wisdom. Nur indem du geben kannst du sie bekommen und zurückgeben. For this reason, ich gebe mein Leben und passere meine Storien von den Nordmen zu dir, Senua. Woher bin ich? Jetzt sind wir in ewiger Dunkelheit und wir sehen nichts mehr wahrscheinlich. Wer ist das? Kannst du mich hören? protection? Es keine chromosome? Чтобы ich nur in dem Moment informieren möchten. Teilchen.... Ich denke mir direkt hier. meeting dich nicht mehr. sprung ihr mal. Begin. Blüten. Es ist Condüt краines Klimaschi. duc. � backward. Hm, leicht schämhaft sehe ich deinen Rahmen. Da gehen wir jetzt hin. Gott, Feuer ist ja Feuer. Ah, ha. Das ist so ein Wegetrick Interessant Das heißt, wir müssen uns jetzt von Feuerschale zur Feuerschale angeln Wo ist die nächste? Da hinten Beruhig dich, meine Seen Wir finden einen Weg Zug, Wasser, aber jetzt funktioniert Strom aufwärts Strom, mein Vater Er hat mir die schwersten Begrüßte, die in der Macht nicht die Sorge Strom, aber kein Coward Er hat mir das in den Moria Trials Das ist nur eine andere Begrüß Du kannst ihn schlafen Das ist nicht Ihr bet Du musst ihn nicht helfen Ich will Da lag gerade ein Leiche rum Da liegen noch mehr Leichen rum Ich weiß, was du denkst Das ist nicht wirklich du Oh mein Gott, wo führt mich bloß dieser Weg hin? Was werden wir gleich zu sehen bekommen? Und eine Treppe nach oben Die gehen wir jetzt einfach mal hoch Fuck off everything, man Oh nein, bitte nicht Ich weiß nur die Ich weiß sie nicht Oh nein, bitte nicht Ich weiß, was du in der Zeit Das ist nicht geschehen Ich weiß, was du in der Zeit ist das gemein alter der weg führt mich voll dran vorbei oh gott mein herz bleibt stehen oder ist doch noch mal was oder geht es nicht weiter oh die laufen padd die laufen padd muss man erst die bewegung merken die laufen die ganze zeit so hin und her total gammelig eigentlich aber jetzt muss ich zulaufen oh scheiße oh ist das gemein ein paar von denen bewegen sich halt eben in der dunkelheit und ein paar nicht ich glaube wir machen jetzt erstmal finish für heute und ich hoffe die folge hat euch gefallen und würde mich natürlich sehr freuen wenn ihr in der nächsten folge wieder einschalten würdet wir sehen uns leute bis dann ciao